Droht ein Krieg zwischen China und Taiwan? Oder ist es nur ein Säbelrasseln zwischen den Großmächten USA und China? Wiederholt sich die Ukraine? Wird die Weltengemeinschaft durch einen Krieg überrascht? Was würde ein Krieg für Deutschland bedeuten? Und was sollte Deutschland jetzt schleunigst tun? All das heute in einer neuen Folge Geopolitische und finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Bevor wir jetzt ins Thema eintauchen, erst noch kurz ein kleiner Hinweis zum letzten Video mit Prof. Dr. Stefan Homburg. Leider wurde dieses Video durch den Algorithmus gedrosselt. Das heißt, nicht an alle verteilt. Und ich habe viele Nachrichten bekommen, dass Abonnenten dieses Video nicht vorgestellt wurde. Also, umso wichtiger ist es auch, die Glocke zu aktivieren. Denn dann werdet ihr immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Aber auch auf Telegram anmelden, hier unten, weil da poste ich die Videos noch einmal extra. Und wenn man jetzt den ganzen Wahnsinn mit Infektionsschutzgesetz und so weiter hört, dann lege ich jedem wirklich dieses Video mit einem der fundiertesten Kritiker der Corona-Maßnahmen der letzten zwei Jahre ans Herz. Schaut es an, teilt es bitte kräftig, empfehlt es weiter, damit möglichst viele Menschen dieses Video sehen. In den letzten Tagen geisterte es immer mehr durch die Nachrichten, droht ein Krieg zwischen China und Taiwan. Auch mich haben viele Nachrichten erreicht, dass ich dazu ein Video machen soll. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also hier mal unsere Fahrplan, wie wir uns heute die ganze Geschichte anschauen. Erstens natürlich, was ist überhaupt passiert? Dann schauen wir kurz in den Rückspiegel der Geschichte. Die nächste Station ist ein Vergleich zwischen China und Taiwan, wirtschaftlich, bevölkerungstechnisch, aber natürlich auch militärisch. Ist der Krieg nur eine Ablenkung, um von den innerpolitischen Problemen Chinas abzulenken? Wie wahrscheinlich ist ein Krieg? Was, wenn es zum Krieg kommt? Was sind die Auswirkungen eines Krieges? Und dann natürlich zum Schluss das Fazit. Ja, kleiner Spoiler vorab. Ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Noch nicht. Irgendwann wird sich China, Taiwan natürlich einverleiben, aber nicht über einen Krieg. Da gibt es andere Möglichkeiten und die möchte ich euch natürlich heute im Laufe des Videos vorstellen. Aber ich kann auch falsch liegen. Wie zum Beispiel in diesem Video, wo es um die Ukraine-Krise ging. Damals habe ich klar gesagt, Russland wird keinen Krieg, noch nicht. Jetzt vom Stapel brechen. Ja, die Realität hat uns eines Besseren belehrt. Wir haben jetzt seit Februar einen Krieg in der Ukraine. Dieses Video würde ich euch trotzdem noch mal ans Herz legen, weil es zeigt diese Hartland-Theorie, warum praktisch es für Russland wichtig ist, verschiedene geopolitisch interessante Gebiete zu besitzen oder zu besetzen. Also dahingehend noch mal gerne anschauen, auch wenn ich mit der Aussage, dass Russland noch nicht in die Ukraine einmarschieren wird, falsch lag. Aber die Hartland-Theorie ist nach wie vor interessant und spannend, weil wenn man die Geografie kennt, dann weiß man, warum Russland angegriffen hat. Und wenn man die Demografie kennt, weiß man, warum jetzt. Und dasselbe gilt eigentlich auch für China. Ich glaube, dass es irgendwann eine Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China geben wird. Ob es jetzt dieses Jahr schon passiert, steht in den Sternen. Ich denke nicht, aber der Druck wird langsam aufgebaut. Aber was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Glaubt ihr, dass es schon bald zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan kommt? Glaubt ihr, es könnte Ausarten eskalieren zu einer Art Dritten Weltkrieg, den viele schon befürchtet haben? Schreibt mir jetzt schon in die Kommentare eure Meinung zum China-Taiwan-Konflikt. Was ihr denkt, das würde mich interessieren, weil die Schwarmintelligenz ist ja meistens intelligenter als das Individuum. Ja, was ist überhaupt passiert? Warum ist es jetzt gerade eskaliert? Und warum ist Taiwan überhaupt interessant? Da müssen wir uns natürlich erst mal geopolitisch und auch geografisch alles anschauen. Natürlich ist Taiwan interessant als möglicher Zwischenstützpunkt, falls es zu einem Krieg kommen sollte zwischen China und den USA beziehungsweise Japan. Auf Okinawa haben die US-Amerikaner zwei wichtige Luft-Militärstützpunkte und natürlich wäre ein weiterer in Taiwan interessant, wenn man die Infrastruktur dort vor Ort verwenden könnte, falls es eskalieren sollte zwischen der alten Nummero 1 und der aufstrebenden Nummero 1. Auch dazu habe ich ja in meinem letzten Buch die größte Chance aller Zeiten ganz klar aufgezeigt, was für Zyklen wir gerade erleben, dass wir gerade den Abgesang des US-Dollars sehen, den Abgesang der USA als Hegemon und dass wir jetzt den aufstrebenden neuen Hegemonen sehen, nämlich wahrscheinlich China. Ob sie es wirklich werden, steht in den Sternen, aber man eifert natürlich daran. Dagegen spricht einiges. Dazu werde ich mal ein extra Video machen, warum China nicht die neue Nummero 1 wird. Demografie nur als ein Beispiel. Bis 2050 soll es nur noch, knapp 700 Millionen Chinesen geben. Also werden wir einen rapiden Bevölkerungsverlust sehen und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für ein extra Video. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, dann setze ich mich da dran. Der zweite Grund, dass China in Zugzwang gerät und natürlich der Abstieg der USA, das Ende von Pax Americana, welchen jetzt China unter massiven Zugzwang bringt, weil wir sehen ja an allen Ecken und Enden, wie die USA die Vormachtstellung immer mehr Stück für Stück verliert. Egal, ob es mit dem US-Dollar ist, Beispiel Petrodollar oder dass jetzt auch in anderen Währungen Rohstoffgeschäfte gemacht werden, aber auch die Vormachtstellung in Bezug auf die Weltpolizei USA. Die USA haben nicht mehr das Gewicht wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und ein weiterer Punkt, warum China jetzt die Muskeln spielen lässt, ist, dass der jetzige Staatsführer Xi Jinping natürlich den nächsten Parteitag überzeugen möchte, dass er der richtige Kandidat ist, dass er für die ganze Lebzeit gewählt wird, als Partei und Staatschef und deswegen möchte er hier den starken Macker raushängen lassen. Ja, und Auslöser war niemand anderes als diese 82-jährige Dame. Das ist jetzt keine Rentnerin, sondern das ist die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und die ist tatsächlich nicht nur Aktienmillionärin durch ihre Trades, nein, sie ist auch Politikerin und war diesbezüglich letzte Woche in Asien auf einer kleinen Tour. Obwohl sowohl Chinas Präsident als auch ihr eigener Präsident und sogar Parteikollege Joe Biden sie davor gewarnt haben, nach Taiwan zu gehen und es auch nicht offiziell auf ihrem Plan stand, hat sie es trotzdem gemacht. Ein kurzer Abstecher, kurz mal gelandet mit der taiwanesischen Präsidentin sich zusammengesetzt, ein paar Sachen angeschaut und weiter ging es. Und das hat natürlich den chinesischen Panda-Bären wütend gemacht. Erst hat man den russischen Bären geärgert, jetzt ärgert man halt den anderen Bären. Und die Antwort von China kam sofort, indem man ganz groß das Militär aufgefahren hat. Da gab es einige, wie ich finde, sehr beeindruckende Videos, wie zum Beispiel hier am Strand oder auch dieses hier. Ja, denn die chinesischen Streitkräfte haben dann gleich am Donnerstag ein Manöver gestartet vor Taiwan mit scharfer Munition, das muss man betonen. Und das Ziel war es, eine See- und Luftblockade zu üben. Und nicht nur das, sondern es wurde auch die Eroberung Taiwans geübt. Dieses Manöver wurde dann sogar noch ausgeweitet. Und zwar hat das chinesische Militär jetzt die Übung für beendet erklärt, aber nichtsdestotrotz hat man gleich mitverkündet, dass man stets gefechtsbereit ist und dass man eine Dauerpräsenz vor Taiwan haben wird. Also wir sehen, die Spannungen werden weiter anhalten. Und das erklärte Ziel der chinesischen Regierung ist natürlich die Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China. Und nochmal zurück zum Flug von Nancy Pelosi und der Landung in Taiwan von ihr, weil das hatte wirklich eine Präsenz und wir hatten fast schon einen Live-Ticker bezüglich wo steht das Flugzeug aktuell, wann landet es, weil man dachte wirklich, okay, wenn sie jetzt landet, wenn dieses Flugzeug den Boden berührt, dann geht der Dritte Weltkrieg los. Aber wir haben wirklich Insider-Footage, weil Pelosi saß gar nicht in diesem Flugzeug. Pelosi hatte ein anderes Fluggerät, verwendet nämlich dieses hier. Warum China unbedingt Taiwan wieder einverleiben möchte, das erklärt uns natürlich die Geschichte. Also lasst uns gemeinsam mal in die Historie reinschauen, um dann auch zu erklären, warum eventuell ein Krieg möglich ist, was die Voraussetzungen sind und wie wahrscheinlich ein Krieg tatsächlich ist. Taiwan war von 1683 bis 1895 schon unter chinesischer Herrschaft. Dann von 1895 bis 1945 hatten wir eine japanische Episode, da wurde man von Japan besetzt und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder chinesisch. Und entschuldigt mein Chinesisch, aber ich gebe mir wirklich Mühe, die Namen jetzt richtig auszusprechen. 1949 verliert dann die bürgerliche KMT Kuimung Tang unter Chiang Kai-shek den Bürgerkrieg gegen Mao Zedong und die Kommunisten. Die KMT flüchtet dann mit 1,5 Millionen Beamten und Soldaten sowie einem großen Goldschatz sieht man wieder mal, warum Gold so wichtig ist, die perfekte Fluchtwährung mit Kunst und der kompletten Luftwaffe nach Taiwan. Dort etablierte er eine Staatspartei unter Beibehaltung des Ausnahmezustands, die mehrere Jahrzehnte andauernde Einparteienherrschaft. Ab 1950 positioniert sich dann die KMT als Verbündeter Washingtons, weil man eine Ausbreitung des Kommunismus befürchtete, vor allem während des Koreakrieges. Parallel sehen wir in Taiwan aufgrund einer sehr progressiven Wirtschaftspolitik einen unglaublichen Wohlstandseffekt. Dies führt zu hohem Wirtschaftswachstum und Wohlstandseffekten, die bis heute anhalten. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das 1973 gegründete Forschungsinstitut für Industrietechnologie in Xingqiu. Whatever. Taiwan ist vor allem bekannt natürlich für seine Chips. Ganz berühmt natürlich Taiwan Semiconductor. Bis 1971 bleibt Taiwan dann die offizielle Vertretung von ganz China. Das Regime unter Mao ist isoliert. Das ändert sich erst als Nixon und Kissinger, der ehemalige Außenminister der USA, versuchen, China aus dem kommunistischen Block herauszulösen. Der Coup gelingt tatsächlich und Washington und Beijing nähern sich dann in den nächsten 40 Jahren immer weiter an. Der Preis hierfür ist natürlich die Beziehung der USA zu Taiwan. Zwar bleibt die Insel unter militärischem Schutz der USA, aber immer mehr Länder erkennen Taiwan nicht als unabhängiges Staatsgebiet an. Derzeit sind es nur ein paar Handvoll Staaten, die Taiwan tatsächlich als Nation, als Staat anerkennen. Natürlich unter Druck von Peking. Ab der 80er Jahre dann wird Taiwan immer mehr demokratisiert, also weg von der einen Parteienherrschaft hin zu demokratischen Strukturen und gilt jetzt neben Japan aber auch der Schweiz zu einer demokratischen Staaten weltweit. Und China sieht Taiwan bis heute als einen abtrünnigen Teil Chinas. Aus dem Grund wurde dann 2005 von Peking das Antisezessionsgesetz verabschiedet, das auch nicht friedliche Mittel vorsieht, wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklären sollte. 2015 ein historischer Moment, da treffen sich dann tatsächlich der Präsident Chinas und Taiwans in Singapur das erste Mal seit 1949, also seit der Flucht von der KMT nach Taiwan. 2017 genehmigt dann der damalige US-Präsident Trump eine große Waffenlieferung an Taiwan. Parallel nähert man sich immer an und verabschiedet sogar ein Gesetz, welches die Annäherung weiter bestärken soll. 2019 sagt dann Xi Jinping, dass er nicht auf Gewalt verzichten würde, um Taiwan zurückzugewinnen und warnt Washington sogar, nach einem weiteren Waffenverkauf nicht mit dem Feuer zu spielen. Die USA lassen diese Drohung relativ unbeeindruckt, weil mehrere Waffenverkäufe natürlich durch die USA folgen. Wir wissen ja, die Waffenverkäufe von Lockheed, Boeing, aber auch Wraithen sind natürlich ein wichtiger Umsatzbringer bei der Maschinerie USA. Ja, und das eskaliert die ganze Situation immer weiter so, dass Xi sogar im Oktober 2020 Taiwan auffordert, sich auf den Krieg vorzubereiten. Also wirklich harte Drohungen. Aber schauen wir uns doch mal Taiwan im Vergleich zu China an. Da sehen wir, es ist eigentlich ein Kampf zwischen David und Goliath, weil Taiwan ist wirklich mini, 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 zunächst einmal allein die pure Größe. China ist 266 Mal größer als Taiwan. Absurd. Chinas Bevölkerung ist 1,4 Milliarden, die Taiwans 23 Millionen. Das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftskraft Chinas, ist bei 14,7 Billionen Dollar, die von Taiwan gerade mal bei knapp 800 Milliarden. Allerdings ist das BIP pro Kopf in Taiwan um einiges höher, also die Produktivität ist in Taiwan viel, viel größer. Aber werfen wir mal einen Blick auf das, worauf es dann wirklich in einem Krieg leider ankommt, nämlich auf das Militär. Und auch hier ist natürlich Taiwan ein Zwerg gegenüber dem großen, roten Nachbarn. Taiwan hat 170.000 aktive Streitkräfte und circa 1,5 Millionen Reservisten im Verteidigungsfall. China dagegen hat die größte Armee der Welt mit 2 Millionen Soldaten und ungefähr 510.000 Reservisten als Reserve. Aber auch bei der Seeflotte sehen wir eine ganz starke Übermacht der Chinesen. 777 zu 117. Bei den Panzern genauso. Über 5.520 Panzer verfügt die chinesische Armee und Taiwan lediglich 1110. Auch bei den Militärflugzeugen eine klare Übermacht bei den Chinesen mit 3.285 Flugzeugen Taiwan 741. Aber werden die USA Taiwan tatsächlich im Ernstfall militärisch unterstützen? Biden hat dies schon angekündigt. Und dass er das macht ist wirklich tatsächlich bemerkenswert. Denn die Beziehung zwischen den USA und Taiwan war immer so um es mal diplomatisch zu sagen kompliziert. So wäre auf jeden Fall der Status bei Facebook. Dazu nochmal ein kleiner Exkurs in die Geschichte. 1979 hatte die USA damals die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen, um eben bei China bei Peking guten Eindruck zu schinden und sich ihnen weiter anzunähern. Im gleichen Jahr verabschiedete man dann aber den Taiwan Relation Act, der vorsah Taiwan im Extremfall mit Verteidigungswaffen zu versorgen. Seitdem mächtigste Verbündete und beliefert Taiwan mit Waffen. Und der Höhepunkt dieser ambivalenten Politik war dann tatsächlich die strategische Ambiguität. Man erkennt auf der einen Seite China als offizielles China an, aber gleichzeitig versorgt man Taiwan mit Waffen, da man China ja in Schach halten muss als der große Feind im Westen. Ja, und die Geschichte, die Vergangenheit ist wichtig, aber auch die Gegenwart ist relevant und da sehen wir einfach, dass Taiwan zu einer blühenden Demokratie geworden ist. Demokratie zu schätzen gelernt haben und sie auch nicht aufgeben wollen. Die jungen Taiwanesen wollen unabhängig von Peking bleiben. Nicht zuletzt, weil man ja gesehen hat, was mit Hongkong passiert ist, wie hier die Demokratie Stück für Stück abgeschafft wurde durch die rote Diktatur in Beijing. Und Hongkong ist ein Warnsignal für die jungen Taiwanesen, aber für alle freiheitsliebenden Demokraten weltweit. Und aus dem Grund kann man sich ganz gut ausmalen, was es bedeuten würde, wenn tatsächlich Taiwan sich wieder vereinigen würde mit dem Festland Chinas. Und jetzt durch das Ende des Hegemonen USA wird natürlich auch die Taiwan-Frage immer relevanter. Weil wie vorhin aufgezeigt, ist Taiwan geopolitisch unglaublich spannend, aber auch wirtschaftlich. Ich sage nur Chips. Ich meine jetzt nicht Pringles oder Lays oder Lorenzen oder Bals oder wie sie auch heißen, sondern tatsächlich Computerchips, Semiconductor. Die taiwanesische Firma Taiwan Semiconductor ist weltweit Marktführer und den Mitbewerbern meilenweit voraus, wenn es um die Technologie geht. Nirgendwo auf der Welt werden mehr Halbleiter produziert als auf der taiwanesischen Insel. Und hier im Schaubild sieht man ganz gut, wie die Verteilung ist TSMC, also Taiwan Semiconductor und UMC, beides taiwanesische Produzenten, haben einen großen Weltmarktanteil. Danach kommt dann Südkorea mit Samsung, China mit SMIC und dann andere wie zum Beispiel Global Foundries. Das wäre natürlich auch gleich ein Investment Tipp, das bedeutet nämlich, wenn China tatsächlich die Fühler ausstrecken würde nach Taiwan, wären natürlich die anderen Mitbewerber auf einmal stark nachgefragt. Sind diese Muskelspiele Chinas gerade nur eine Art Ablenkung, um von den innerpolitischen Problemen abzulenken? Wir weil sie an ihr Geld nicht mehr rankommen, Hunderttausende von chinesischen Investoren, Immobilieninvestoren, die ihre Kredite nicht mehr bezahlen wollen oder können, parallel natürlich Zero-Covid-Lockdowns ohne Ende, immer mehr unzufriedene Bürger in der Volksrepublik China. Und wir alle erinnern uns noch an die Bilder vor einigen Wochen, Aufstände in China, sowas gab es schon lange nicht mehr. Und natürlich ist der Krieg immer ein probates Mittel, um von Problemen abzulenken und sich als den starken Macher als den tollen Führer darzustellen und dann wieder Pluspunkte bei der eigenen Bevölkerung zu gewinnen durch Patriotismus und Pathos. Kommen wir zur nächsten Haltestelle. Wie wahrscheinlich ist ein Krieg? Es gibt mehrere Gründe dagegen sprechen. Zum Beispiel Taiwan bereitet sich seit Jahrzehnten auf eine Invasion vor. Ist also perfekt vorbereitet, ist in einer Insellage, kann alle Seiten wahrscheinlich perfekt verteidigen und ist bis an die Zähne bewaffnet und hat auch eine Bevölkerung, die die Unabhängigkeit bewahren will. Und das hatte ich ja auch schon im Ukraine-Krise-Video besprochen, das könnt ihr hier nochmal sehen, dass es, wenn es zu einem Gorilla-Krieg kommt, dass dann auf einen Soldaten fünf bis sieben Gorilla-Kämpfe kommen. Und das macht es fast unmöglich eigentlich dann ohne große Verluste, ohne eine Riesen-Materialschlacht zu gewinnen. Und das zeigt sich ja momentan auch in der hat keinerlei Kriegserfahrung. Sie sind zwar groß, aber nicht wirklich erprobt. Beim Überqueren mit der Seeflotte wäre das dann eigentlich für Taiwan ein leichtes Spiel. Man würde fröhlich Schiffe versenken spielen. Zudem möchte natürlich China die Industrie, die Infrastruktur auf Taiwan nicht zerstören. Das heißt Bombenangriffe, Raketenangriffe wären eigentlich kontraproduktiv. Auch würde man dann die Bevölkerung Taiwans noch mehr gegen sich bringen, noch mehr Gorilla-Krieg, einen Rattenschwanz an auch bei Russland habe ich es für unwahrscheinlich gehalten. Nichtsdestotrotz ist es passiert. Ihr müsst euer eigenes Bild machen. Da bin ich schon mal gespannt. Schreibt noch mal unten in die Kommentare, wie seht ihr es jetzt nach den Punkten, die ich genannt habe, ist ein Krieg zwischen China und Taiwan wahrscheinlich und wird die USA eingreifen oder nicht? Zudem wäre auch für den Präsidenten Chinas Xi Jinping der Krieg aktuell eher ungünstig. Wie vorhin und Parteichef bleibt. Für den Fall, dass er scheitert und keine dritte Amtszeit erhält, dann ist mit einer Generalabrechnung all jener zu rechnen, die er in den letzten Jahren enttäuscht und gegen sich aufgebracht hat. Und das sind nicht wenige. Also es geht eigentlich wahrscheinlich nicht nur um sein politisches Überleben, sondern generell um seine Zukunft. Da er zwei Millionen Parteimitglieder mundtot gemacht hat, denke ich mal, geht es für ihn jetzt wirklich um alles oder nichts. Zudem die vorhin schon erwähnten Punkte wie Zero Covid, der auf immer mehr Widerstand in der Bevölkerung stößt. Aber auch die Banken, die immer mehr in die Bredouille geraten durch die gigantische Immobilienblase und natürlich auch die Minderheiten im Land, die immer mehr aufbegehren, die immer härter überwacht und unterdrückt werden müssen. Schauen wir uns auch mal die geopolitischen Überlegungen an. Man kann den Ukraine-Krieg nicht mit Taiwan vergleichen, das hinkt allein schon, weil Taiwan eine Insel ist. Damit China seine Panzer, seine Artillerie, seine Soldaten rüberbringen könnte, bräuchten sie erstens natürlich unglaublich viele Flugzeuge und auch Schiffe. Und wie gesagt, durch die jahrzehntelange Vorbereitung ist es für Taiwan ein leichtes, den Luftraum, aber auch den Seeraum zu verteidigen. Der Seeweg nach Taiwan dauert circa fünf Stunden für die Chinesen. Das ist nicht nur kostspielig und gefährlich, sondern erfordert auch extrem viel Erfahrung. Und die ist nun mal nicht vorhanden. Und parallel hat Taiwan schon immer ein Rekordbudget für das Militär ausgegeben. 13 Milliarden Dollar. Das ist natürlich im Vergleich zu den USA, Russland oder China wenig, aber für so einen kleinen Staat mit gerade mal einem BIP von 97 Milliarden schon ganz schön viel. Ein weiterer Punkt, der gegen einen Krieg spricht, ist natürlich, dass China genau hingeschaut hat, was mit Russland passiert ist durch den Einmarsch in der Ukraine. Nämlich die Sanktionen, es wurde Dollar als Waffe verwendet, es wurden Sanktionen verhängt, die natürlich für den Wirtschaftsstandard China verheerend wären. Und China ist zwar die Werkbank der Welt, aber natürlich auch abhängig von außen, um auch nochmal auf die High-End Halbleiterproduktion zurückzukommen. Wenn man Taiwan angreifen würde und diese Fabriken würden zerstört würden, würde man sich auch ins eigene Bein schießen. Hierzu hat der CEO von TSMC ein Interview gegeben und folgendes gesagt, ein Überfall von China würde keinen Gewinn hervorbringen. Niemand könne TSMC mit Gewalt kontrollieren. Wenn jemand mit militärischer Gewalt oder durch eine Invasion eindringen, werden die Halbleiterwerke nicht mehr funktionsfähig sein. Denn es handelt sich um solch hoch entwickelte Produktionsanlagen, die von den Echtzeitanbindungen mit der Außenwelt abhängig ist. Von Materialien über Chemikalien bis hin zu Ersatzteilen, technischer Software und Diagnose. Wenn man sie mit Gewalt übernehme, kann man sie nicht mehr betriebsfähig halten. Und eine Unterbrechung der Lieferungen von Chips würde die gesamte Welt in ein heilloses Chaos versetzen. Auf allen Seiten. So würde jeder zweimal darüber nachdenken. Also eine ganz klare Warnung. Es würde nicht nur die westliche Welt treffen, sondern auch China. Das wie sein Grund ist, warum die USA jetzt gewaltige Summen in die Chipproduktion stecken. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Hier zum Beispiel Intel allein in Europa 90 Milliarden Dollar. Ein Teil davon sogar geht nach Deutschland. Ja, wir produzieren wieder Chips, also Halbleiter. Migrant Technology investiert 40 Milliarden in den USA. Und erst vor einigen Tagen hat US-Präsident Joe Biden die Chip Bill verabschiedet, welche insgesamt 52 Milliarden Dollar vorsieht, die die Chipproduktion, die Halbleiterproduktion in den USA vorantreiben soll. Der Geostratege Peter Seihahn zitiere einen Vergleich zu Russland. Das bringt uns Lieferkette auf den Kopf stellen. Auch China kann nicht erwarten, dass es keine lebenden wirtschaftlichen Folgen zu befürchten hat. Bedenken Sie, dass Russland abgesehen von Energie und Bodenschätzen den größten Teil seines Lebens nach dem Kalten Krieg nicht damit verbracht hat, sich allzu sehr in die Weltwirtschaft zu integrieren. Bei China ist das genaue Gegenteil der Fall. Welche Schwierigkeiten Moskau auch immer Peter Saihan bald hier zum Interview auf dem Kanal sein. Darüber könnt ihr euch jetzt schon freuen. Also Abo dalassen, Glocke aktivieren unbedingt, dann werdet natürlich sofort informiert, sobald das Interview mit Peter dann online geht. Ja, wenn es keinen Krieg gibt, aber die Chinesen doch eigentlich die Wiedervereinigung mit Taiwan wollen, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario? Und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Meiner Meinung nach ist das hier das wahrscheinlichste Szenario, wie sich die ganze Sache ausspielt. Nämlich, dass China einfach auf Zeit spielt. China weiß ganz genau, auch aus den Erfahrungen Russlands in der Ukraine, dass die Verluste bei einem Angriff auf die Insel Taiwan um einiges höher wären, als der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Dass Taiwan sich natürlich seit Jahrzehnten akribisch auf diese Invasion vorbereitet und bis auf die Szene bewaffnet ist. Zudem weiß man auch, dass die USA Waffenlieferungen an Taiwan zukommen lassen würde. Und parallel, falls die USA eingreifen sollten, hätte die chinesische Marine keine Chance gegen die US-amerikanische. Die Amerikaner haben elf Flugzeugträger, die Chinesen gerade mal zwei, der dritte wird gerade erst fertiggestellt. Und diese zwei Flugzeugträger der Chinesen können gerade mal die nähere Küstenlinie Chinas patrouillieren, kontrollieren, überwachen. Die sogenannte First Island Chain, die seht ihr hier. Mit dem neuen Flugzeugträger aber ist die Reichweite schon größer und kann auch die Second Island Chain kontrolliert und patrouilliert werden. Aber ein weiterer USP, ein weiterer krasser Vorteil der amerikanischen Flugzeugträger ist der nukleare Antrieb, sodass die amerikanischen Flugzeugträger für Monate auf den Weltmeeren rumschippern können, während die chinesischen immer wieder mal zum tanken zurück müssen in die Garage. Und daher wird wohl der Szenario des Death by Thousand Cuts also der kleinen Stiche der kleinen Einschränkungen im wirtschaftlichen dass man die Wirtschaft unterminiert dass man die Gesellschaft eventuell durch Propaganda beeinflusst dass man Einfluss auf das politische System nimmt und so weiter die feinere Lösung schossen werden muss Ja was aber wenn es doch zu einem Krieg kommen sollte ja dann kann ich euch erst mal sagen wie ist denn das Gewässer zwischen China und Taiwan und da sieht man ganz klar es gibt eigentlich nur zwei Zeitfenster die geeignet sind um da Schiffe relativ ruhig rüber zu bringen nämlich der Oktober und April das heißt wenn es wirklich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung extrem viel Erfahrung um dann auch kontrolliert und sicher dann die Militär Fahrzeuge als auch natürlich die Schiffe rüber zu bringen nach Taiwan und vor allem wie gesagt es dauert fünf Stunden und in der Zeit könnte dann Taiwan erstmal fröhlich Schiffe versenken spielen die spannendere Frage ist natürlich wenn Xi sich tatsächlich entgegen aller Fakten doch für einen Krieg entscheiden sollte wie würde die USA reagieren würde die USA eingreifen würde die USA Kapital zur Verfügung stellen schauen wir uns allein mal an wie viel Geld die USA jetzt schon in die Ukraine gepumpt hat das heißt für Taiwan würden sie noch viel mehr in die Taschen greifen falls sie eingreifen würden wäre es genauso wie in der Ukraine dann eigentlich der Beginn des dritten Weltkrieges dahingehend eher unwahrscheinlich dass die USA militärisch eingreifen würden wahrscheinlicher dann eher wieder Sanktionen als auch eine Art Seeblockade das heißt wenn China anfangen würde eine Seeblockade gegenüber Taiwan durchzuführen damit man das Land austrocknet dass man keine Waren mehr ins Land bekommt dann würde wahrscheinlich die USA ebenfalls Importe nicht mehr zulassen Richtung China Exporte stoppen und natürlich ebenfalls eine Seeblockade gegenüber China vollziehen und das hat natürlich einen gigantischen Schaden weil wie gesagt die militärische Ausrüstung und die Navy sind um einiges größer mächtiger unabhängiger flexibler schneller als die chinesische Marine wenn dann zum Beispiel keine Schafe kein Essen mehr aus Neuseeland Australien und Co kommen würden hätte man relativ schnell einen Volksaufstand in China weil China muss Lebensmittel importieren genauso auch Energie über den Strait of Malaga also wenn da keine Energie mehr kommen würde in Form von Öl aber auch Gas hätte China ein großes Problem und die Frage ist wie lange sind die Reserven von China um das durchzustehen drei Monate sechs Monate wir würden es sehen was wären wenn rein hypothetisch tatsächlich ein Krieg vom Zaun gebrochen werden sollte was wären denn die Auswirkungen schauen wir uns erstmal die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft an und wie ihr schon erahnen könnt wäre natürlich verheerend weil wir einen Großteil der wichtigen Chips der Halbleiter aus Taiwan generieren aber könnten wir dann überhaupt Sanktionen Sanktionen gegen die Werkbank der Welt gegen China durchführen würde es nicht die kompletten Lieferketten Produktionsketten weiter zerstören ja um es ganz klar zu sagen China ist extrem wichtig da sie auf einem Berg von seltenen Erden sitzen die wir für den Umstieg auf die erneuerbaren Energien mehr als drängend benötigen also mit einem Krieg wer die Energiewende sofort beerdigt 45% der kritischen Rohmaterialien kommen aus China ein riesen Klumpenrisiko für die Weltengemeinschaft und besonders abhängig ist der Westen von China wenn es um Elektronik geht was auch dieser Chart deutlich zeigt besonders schädigend wäre ein Krieg für natürlich wie immer Deutschland so wie jetzt auch beim Russland-Ukraine Konflikt sind wir natürlich der große Leidtragende und zahlen immer mehr und so wäre es natürlich auch hier weil das IFO-Institutat errechnet dass die Auswirkungen Deutschland sechsmal so viel kosten würden wie der Brexit aus der Studie heißt es dann der größte Verlierer wäre die Automobilindustrie hier würde der Wertschöpfungsverlust rund 8,5% oder 8 Milliarden Dollar betragen auch der Maschinenbau sowie Unternehmen der Transportausrüstung wären stark betroffen hier würde es einen Wertschöpfungsverlust von rund 8,5% oder 8.306 Milliarden Dollar geben auch der Maschinenbau sowie Unternehmen der Transportausrüstung wären stark betroffen mit einem Minus von 5.201 Milliarden beziehungsweise 1.529 Milliarden Dollar profitieren würden danach nur vergleichsweise kleine Branchen wie die Textilindustrie und darf nicht vergessen China ist der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands und wenn der auch noch wegbrechen würde nach Russland der uns mit billiger Energie versorgt hat das wäre wirklich verheerend würde man mit China wie mit Russland umgehen wäre das definitiv das Ende der Energiewende so ist es bei den Solarpaneelen noch viel krasser nämlich 95% also man will sich gar nicht ausmalen was für katastrophale Auswirkungen das auf die deutsche Industrie hätte die in einem großen Maß abhängig von China ist von den Materialien also von den seltenen Erden aber auch von den Solarpaneelen dann hätten wir achten wir müssen das Ganze im großen ein ordnen der big picture wie ich immer so schon sage und wir sind nun mal jetzt am Ende der globalisierung das ist vorbei wir sehen gerade neue Netzwerke die entstehen wie zum Beispiel die BRICS wir sehen wie Russland Indien Brasilien und andere Staaten immer mehr zusammenrücken und sich gegenseitig unterstützen ich darf nochmal daran erinnern gegen die Sanktionen Russlands sind ganz Südamerika ganz Afrika nicht mit dabei über 100 Länder machen nicht mit bei den Sanktionen und die rücken jetzt sogar eher näher zusammen Ägypten möchte jetzt Teil von den BRICS werden Saudi-Arabien hat sich schon angemeldet und so weiter und so fort und damit gefährdet man natürlich auch die Vormacht Stellung des US-Dollars als Reservewährung und das hat die USA natürlich auf dem Schirm und darauf haben die gar keinen Bock und da hat auch Velina Czakarova was Intelligentes geschrieben auf Twitter da schreibt es nämlich dass Chinas Importe an Öl an Gas und so weiter aus Russland in den ersten sechs Monaten 2022 einen neuen Rekord erreicht haben dahingehend auch die Frage was glaubt ihr sehen wir gerade das Ende der Globalisierung sehen wir das Ende der China einen Krieg vom Zaun zu brechen warum sie es eher versuchen werden wie ein Kaugummi zu ziehen die Bevölkerung durch Manipulation Propaganda durch politische Einflussnahme und so weiter durch wirtschaftliche Wege das Land zu zermürben um dann irgendwann die Wiedervereinigung so wie mit Hongkong zu erreichen und die Ausgangslage ist ganz anders wie mit der Ukraine Taiwan ist eine Insel Taiwan hat sich seit Jahrzehnten darauf vorbereitet ein Gorillakrieg wäre eine unglaubliche Materialschlacht mit großen Verlusten für China welche mit einer Armee die nicht kriegs erprobt ist und darin gehend wäre es tausendmal komplizierter für China Taiwan als Insel einzunehmen vor allem dann wäre die so wichtige Halblei der Industrie wahrscheinlich kaputt zerstört und nicht mehr produktionsfähig parallel die Gefahr der Sanktionen natürlich und eventuell einer Seeluftblockade der Amerikaner welche die Energieabhängigkeit von der Straße von Malacca aber auch den Importen von Lebensmitteln aus Neuseeland und Australien das Leben der chinesischen kommunistischen Partei extrem schwierig gestalten würde und ich kann nur nochmal ganz klar an die deutsche Regierung appellieren Deutschland muss sich jetzt für die nächsten Jahre warm anziehen nicht nur weil Gas weg ist und vielleicht Blackouts drohen nein sondern wir müssen uns jetzt wirklich klar werden und ehrlich machen die Energiewende wird nicht funktionieren eine hochenergetische Industrienation wie Deutschland braucht zuverlässige Energiequellen wir müssen jetzt neu denken um den Wohlstand hier zu sich und damit auch den sozialen Frieden hey Annalena Baerbock und Nancy Faeser haben ja schon Angst vor einem Wutwinter und sozialen Unruhen klar wenn die Leute frieren wenn sie Hunger haben wenn die Preise immer teurer werden dann gehen die irgendwann auf die Straße das ist seit tausenden von Jahren so egal ob im römischen reich oder in der französischen revolution dahingehend wir müssen die drei atomkraftwerke die jetzt laufen verlängern und zwar auf unbestimmte zeit die drei anfang des jahres abgeschalteten atomkraftwerke müssen wir reaktivieren auf unbestimmte zeit wir müssen kohle reaktivieren erstmal auf unbestimmte zeit wir sollten den bergbau vielleicht wieder reaktivieren im ruhrpott erstmal auf unbestimmte zeit bis wir lösungen haben weil wenn wir an wohlstand verlieren dann können wir weder die ukraine unterstützen noch können wir die energiewende finanzieren oder den euro retten also da hängt sehr sehr viel dran und wir müssen uns jetzt energieautark machen wir sollten auch überlegen ob wir ein europäisches verteilnetz haben dass wir vielleicht von den lng terminals in spanien rohre verlegen bis nach deutschland nordstream 2 ist fertig ist bezahlt let's go also ich hoffe ich habe euch damit die angst nehmen können vor einer kriegerischen einer weiteren kriegerischen auseinandersetzung auf der welt zwischen großmächten wie russland china und co ein wehrmutstropfen habe ich noch ich glaube es wird in dieser dekade anhand der zyklen aus dem buch anhand des fourth turnings der zeitenwende des paradigmen wechsel tatsächlich zu einem krieg kommen zwischen den usa china und oder russland also wie gesagt nur weil es jetzt nicht eskalieren sollte heißt es nicht dass es auf nimmer wiedersehen offen für eure meinung ich gehe davon aus weil wenn ein geldsystem stirbt wenn ein hegemon sich sozusagen bereit macht vom thron abzusteigen oder sozusagen gezwungen wird dann geht es zumeist einher mit kriegerischen auseinandersetzungen und ich befürchte dass es diesmal auch so sein wird aber ich bin auf euer feedback natürlich gespannt wenn euch das video gefallen hat lasst ein abo da teilt das video kräftig damit viele informiert werden damit auch viele die angst verlieren von einer weiteren militärischen eskalation auf der welt und mich freut es natürlich wenn ihr einen daumen nach oben gebt und denkt immer daran trotz der aktuellen wirklich bescheidenen situation ist die welt wegen 281.000 abonnenten jetzt schon deutlich besser als wir immer glauben herzlichst euer mark aus